Bei uns an der Hanse-Politionsschule gibt es immer was zu tun. Die Arbeit bei uns ist schwer. Arbeit bei uns ist laut. Arbeit bei uns stinkt. Arbeit bei uns ist heiß und schnell. Arbeit bei uns ist... ...dreckig. Arbeit bei uns ist... ...daurig. Arbeit bei uns macht Spaß, wenn du nicht alleine bist. Ganz nebenbei kannst du hier deinen Hochschulabschluss nachmachen. Wir brauchen genau dich.